Felici Ilea Moldovan ist eine ehemalige rumänische Leichtathletin. Bei den Europameisterschaften 1990 wurde sie des Dopings überführt und gesperrt. Ihr erster bedeutender internationaler Erfolg war der Gewinn der Bronze-Medaille im Speerwurf hinter Trine hatte Start und Karin Forkel bei den Europameisterschaften 1994 in Helsinki. Bei den Weltmeisterschaften 1995 in Göteborg gewann Ilea dann die Silbermedaille hinter Natalja Shikalenka und vor Mikaela in Berg. Im selben Jahr siegte sie bei der Universiade in Fukuoka. Ilea Moldovan nahm von 1996 bis 2008 an vier Olympischen Spielen teil. 1996 in Atlanta wurde sie zehnte, 2000 in Sydney schied sie in der Qualifikation aus, 2004 in Athen wurde sie elfte und 2008 in Peking zwölfte. Insgesamt wurde sie siebenmal rumänische Meisterin. Felici Ilea Moldovan ist 1,67 Meter groß und hatte ein Wettkampfgewicht von 74 Kilogramm. Sie startete für die Leichtathletik-Abteilung von Stoa Bukarest. Bestleistungen Sperrwurf 63,89 Meter 16 August 2002 Zürich Alte Bauart 69,26 Meter 28 Juni 1996 Bergen 67,gens 70, insan 23, quantitative 75,160 44,150 75,4 62,800 45,120 25,2-多少 45,19 26,27 75,19 71,bildung 66,200 66,!? Vielen Dank.